Was ist die Übung für die Übung? Das Training beginnt natürlich damit, dass die Kinder kommen. Und das ist ja wahrscheinlich wie überall oder sehr, sehr oft einfach so gelaufen. Die Kinder kommen, schnappen sich eine Kugel, klopfen ein bisschen auf die Kiste, bevor dann das Training irgendwann losgeht. Und genau das sollte natürlich jetzt nicht mehr passieren. Wir sollen sehr kontrolliert organisieren, dass die Kinder kontrolliert kommen und kontrolliert auch später gehen. Dann gibt es Desinfektionsregeln und so weiter und so fort. Und wir haben uns da ein bisschen was überlegt und haben damit auch schon jetzt eine ganze Zeit gearbeitet und trainiert. Und es funktioniert wirklich gnadenlos gut, muss man wirklich so sagen. Genau das zeige ich euch jetzt. Und da gehen wir jetzt mal rüber. Hier haben wir einen kleinen Aufbau gemacht. Und zwar haben wir hier so Ringe auf den Boden gelegt. Und diese Ringe stellen quasi unseren Begrüßungskreis oder Begrüßungslinie für die Kinder dar. Wo ihr das aufbaut, ist einfach ein bisschen platzabhängig. Ich habe es jetzt einfach mal so mitten auf dem Platz aufgebaut. Man kann das natürlich irgendwo auf einer Seite platzieren. So viele Ringe, wie man halt braucht. Ich habe zwei Ringe rein aufgebaut. Warum, erkläre ich gleich nochmal. Und ja, wir gehen einfach mal rüber und ich zeige euch das. Die Spieler kommen ja dann natürlich irgendwann auf den Platz. Vorab natürlich sollte man die Spieler informieren, dass sie umgezogen kommen und umgezogen gehen. In den meisten Fällen sind der Kabinebenutzung nicht erlaubt. Das ist auch jetzt in unserem Fall so. Die Kinder sind schon umgezogen da, haben ihre Trinkflasche in der Hand und laufen also nun ein. So, für euch geht's gut. Wir gehen heute zu dem grünen Ring hier bitte hin. Vorher zu dem gelben Ring. Aber den roten Ring, die backen, die blauen Ring und die dann aus dem gelben Ring. Dann stellt ihr euch rein und wartet. Damit gewährleisten wir, dass die Abstandswege beim Kommen eingehalten werden. Wir machen viele Ringe auch, die wir haben, wo die Kinder sich jetzt dort hinsetzen oder hinstellen. Das ist jetzt erstmal unabhängig. Es hängt da vom Wetter ab, natürlich logischerweise. Aber ansonsten sind die Abstandsregeln gewahrt. Wunderbar organisiert. Ich kann jetzt hier auch zwölf Ringe nebeneinander hinbauen. Ich habe jetzt heute einfach mal nur fünf Spieler hier. Deswegen haben wir jetzt hier auch eine zweite Reihe. Ich kann natürlich je nach Spielerzahl zwölf Ringe nebeneinander hinbauen. Wir brauchen dann natürlich aber auch, das ist auch klar, mindestens zwei Trainer. Das hängt eben auch ein bisschen von den individuellen Regeln nach Bundesland ab. Aber die kennt ihr natürlich sicher am besten. Das Problem ist natürlich, wenn ich eine lange Linie mache, habe ich natürlich folgendes Problem, dass das für mich von der Kommunikation ja wahnsinnig schwierig wird. Deswegen, ich habe es euch nur mal gezeigt, auch wenn ich die Spieler kriege, man kann es einfach so machen. Hier eine Linie, hier eine Linie. In der Mitte stehe ich. Abstände sind gewahrt. Wunderbar. Und von da aus beginnen wir dann mit der Trainingsorganisation. Von da aus schicken wir die Kinder kontrolliert zum Training. Die Bälle sind jetzt erst mal noch nicht da. Die sind bei mir quasi, die habe ich scharf organisiert, damit da kein Durcheinander entsteht. Hier platzieren sie nachher auch ihre Trinkflaschen rein. Denn auch dort wird auch nachher die Trinkpause stattfinden. Was wir nachher während einer Übung einfach mal auch zeigen. So, ich habe hier noch mein Desinfektionsmittel dabei. Das muss man leider machen. Die Kinder sollen, oder die Spieler im Allgemeinen, sollen vor dem Training kurz die Hände desinfizieren. Machen wir. So, alle aufstehen bitte. Ja, ja, ja. Dann haben wir die Handflächen auf. Dann geht man einfach da hin. Verreit noch kurz. Das gehört halt einfach aktuell dazu. Es gibt sicher angenehmere Dinge im Leben. Alles gut, die glückende Dinge im Leben. Aber man muss halt einfach mal dazu machen. Ich habe natürlich meine Hände vorher desinfiziert. Das ist eh klar. Ich gehe jetzt da nicht natürlich hin und habe nicht viele schmutzige Hände. Trotzdem fürs Bild auch ich natürlich. So, und dann, wenn wir das haben, lassen die Kinder, wie gesagt, ihre Flaschen hier stehen und legen dann los. Und genau damit starten wir jetzt.